Zur Bank gehen. Ich möchte ein neues Konto eröffnen. Dazu gehe ich in eine Bank. Am Bankschalter werde ich freundlich begrüßt. Eine Mitarbeiterin fragt mich nach meinem Anliegen. Ich sage ihr, dass ich ein neues Konto eröffnen möchte. Wir gehen zu ihrem Schreibtisch. Sie stellt mir die verschiedenen Konten der Bank vor. Ich wähle das klassische Girokonto. Darauf kann ich mein Geld sammeln. Und ich kann damit auch Geld überweisen. Zur Eröffnung brauche ich nur meinen Personalausweis. Die Mitarbeiterin füllt den Antrag für mich aus. Ich möchte mein altes Girokonto auflösen. Die Mitarbeiterin kümmert sich auch darum. Am Ende muss ich den Antrag unterschreiben. Ein paar Tage später ist mein Konto eingerichtet und das Geld von meinem alten Girokonto ist schon drauf. Außerdem bekomme ich eine EC-Karte zugeschickt. Beim Einkaufen probiere ich diese gleich aus. An der Kasse bezahle ich mit meiner neuen EC-Karte. Die Kassiererin nickt freundlich und gibt mir den Kassenzettel.